Das hier ist unser neuestes Produkt, die Blackbox Starbase. Die Starbase ist eine Raketenabschussbasis, mit der man bis zu 10 Raketen hintereinander abfeuern kann. Und zwar ohne sie zu verleiten. Und so sieht das Ganze aus. Und so sieht das Ganze aus. Bald gibt's dazu ein ausführliches Tutorial. Aber schreibt uns gerne schon mal unten in die Kommentare, wie ihr unsere Starbase findet.